Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily mit der Nummer 176. Heute am Dienstag, dem 7.09.2021 mit den folgenden Themen. ColorOS 12, Mähroboter, Netgear-Switches, Ur-App oder besser gesagt Wecker und Bellroy. Ich starte gleich mit dem ColorOS Update. Das soll nämlich heute vorgestellt werden von Oppo. In der Version 12, die neue grosse Version, soll heute bekannt gegeben werden oder besser gesagt vorgestellt werden. Ich bin mal gespannt, ob das Datum stimmt. Es wurde über die Plattform Weibo, also eine kleine oder grosse Microblogging-Dienst aus China. Und ja, was wir sehen werden, ist sehr viel Schlankes. Zum Beispiel eine Uhr. Und zu der komme ich nachher gleich noch. Mehr zum Nachlesen auf daily.tiktok.ch. In den Shownotes eures Podcatchers ist das Ganze verlinkt. Der Segway-Rasenmäher-Roboter. Segway, eigentlich bekannt durch diese zweirädrigen mit einem Stiel nach oben. Roboter, Bewegungsteilchen, irgendwas, Fortbewegungsmittel, welche in vielen Städten eingesetzt wird, um eben fremde Städte kennenzulernen. Die haben einen Rasenmäher-Roboter vorgestellt. Der navigiert über GPS und über Sensoren. Genauer gesagt nennt sich das System EFLS, was so viel heisst wie Exact Fusion Locating System. Und kann eben zum einen, indem das ihr Inner-App einzeichnet, wo das der Robot rumgurken darf, mit zusätzlichen Sensoren um gewisse Dinge rumsteuern. Ist nicht der Erste, der das so macht. Zumindest mit den Sensoren. Ja, aber nicht mit GPS. Aber in Kombination möchte man das Ganze, den Bereich der Rasenmäher-Roboter revolutionieren. Ich bin mal gespannt, ob es bald genauso viele Rasenmäher-Roboter wie Staubsaug-Roboter auf dem Markt gibt. Aber wir werden es sehen. Ganz speziell an dem ist auch, sobald er ein Mensch oder ein Tier erkennt, beginnen die Rotorendinger unten da, die Messer, jetzt ist gegangen, die Messer, die unten dran rotieren, mit dem Stoppen und dem Zurückziehen dieser. Und somit sollten da niemand zu Schaden kommen. Ich hoffe es mal für ganz viele Igel dieser Welt und andere Tiere, die an solchem Teil einfach nicht davon kommen können. Bei Netgear gibt es eine Sicherheitslücke, und zwar eine ziemlich kritische, die man ziemlich schnell fixen sollte. Wo das Ganze ist, Link ist natürlich wie auch vor schon genannten Shownotes mit drin, in ganz vielen Switches, unter anderem aus dem Hause Netgear. Und da solltet ihr, sofern ihr Einsorgen habt, mal nachschauen, ob euer Modell dabei ist und oder ihr geht direkt auf die Konfigurationsseite deines Netgear-Switches, schaut nach und updatet das Teil mal. Sollte man es sowieso regelmässig tun, sofern es da Updates gibt. Ich mag mich noch erinnern, damals, als man regelmässig die iPhone-Nutzer ausgelacht hat, jeweils beim Übergang der Sommer- auf Winterzeit oder umgekehrt, Winter- auf Sommerzeit, wo der Wecker nicht richtig funktioniert hat. War auch ein lästiges Problem, wenn man nicht, oder zumindest wenn man früh aufstehen musste und dieser Wecker wichtig war. Jetzt gibt es sowas bei Androids. Und in den meisten Fällen, wie man in der Community herausgefunden hat, eher, wenn man statt einem normalen Weckerton auf einen Spotify-Ton gesetzt hat, aber es soll auch sonst Probleme geben. Google ist dran, das Ganze wird gefixt. Wer das Problem hat, sollte von einem Spotify-Weckerton umstellen auf den System-Ton, dann ist zumindest in den meisten Fällen das Problem nicht mehr vorhanden gewesen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis auf ein neues Video im YouTube-Channel, das Bellroy Tech-Kit. Wer sich sowas sucht, um Ordnung im Rucksack zu machen, mit so kleinen Gadgets-Geschichten, sollte sich das Video mal anschauen. für alle anderen euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.